Ich bin runtergefallen. Fail. Ich hab das schon gleich an. Ich dachte schon. Ach, jetzt muss ich wieder Schiffgelut halten, weil ich keine Ebene habe, wo ich nicht runterfallen kann. Scheiße. So. Das wird jetzt... Aus. Ja. Und jetzt noch ein bisschen Dreck nach oben, dann machen wir direkt weiter. Ja, ich muss jetzt einfach hier eine Dreck-Ebene in die Mitte reinsetzen. Ja, es wäre ja scheißegal gewesen, wo. Da drauf. Ja, genau. Zuck. Na, ich glaube, das wird knapp wieder mit dem Glas. Ich hab noch 40. Ja, ich hab 25. Ich meine, es wird immer weniger pro Runde, aber... Einmal drum müssten wir noch kommen. Na ja, gerade eben noch so wahrscheinlich. Ich guck grad runter. Wir sind auf der vorletzten Ebene. Ich hab noch Glas im Ofen. Ah, das ist gut. Ich hab noch drei. Ich hab 25. So. Ja. Auf die Dreck-Ebene hier an der Seite. Ach, wir können uns einfach runterfallen lassen. So schmerzhaft ist es nicht. Zwei Herzen. Ne, wir brauchen sowieso nur noch eine Ebene. Zieht aber schick aus, wenn man unten steht, wenn nicht der ganze Dreck wäre. Ja, wenn. Zum Glück kann man hier nicht mehr runterfallen ganz oben, deswegen ist es etwas. Oh ja, ich bin Level 19, oh oh. Ich bin sieben, hey. Hier ist so eine einzelne Leiter nach oben. Ja, ich weiß. Ich hab hier unten nochmal 64 Glas gehabt. Nimmst du mit? Ja. Noch irgendwas? Ich hab bestimmt noch mehr Glas hier. Ich glaub, unten war noch ein Glas, oder nicht? Hier ist noch mehr, hier war nochmal 64. Und nochmal 64. Warte, ich hab mal unten, ich glaub, hier unten Glas gesehen zu haben, aber ich bin mir nicht sicher. Ich hab fast vier Stacks wieder voll. Ja, dann fang du schon mal oben an. Ich guck hier mal. Das dürfte eigentlich dann direkt fertig werden. Ja, muss. Weil wir brauchen nur noch eine Ebene dazu machen. Ich hab ja schon angefangen mit drei Stück oder so. Oh ja. Was hast du denn hier gemacht? Wie schlecht? Was denn? Als die Ewes? Ja. Ich würde so einen imposanten Eingang gemacht. Ja, die Idee ist nicht schlecht. Ja, hier wäre auch ein Stack Glas gewesen, sogar zwei. Auch nice. Boah, das sieht aber nicht fett aus. Ich weiß, es ist Michi's. Mhm. Ach so, okay. Keine Chance. Das Fleisch könnte man ja verbrotzeln. Ja, kannst du mal einen Ofen tun. Immer so eine Idee. Hast du schon auf der Ebene ange... Ja, hast du. Ja, hab ich. Ja, hast du mir auch aufgefallen. Die Ebene wird jetzt fertig sein. Und wie ihr auf unserem Kanal jetzt vielleicht schon gesehen habt zu dem Zeitpunkt, also wenn die Folge der Russen ist, auf jeden Fall schon gesehen habt. Unsere Videos haben jetzt Thumbnails, weil wir auch die YouTube-Waterschaft angeklickt haben. Monteralisieren ist aber auf fast keinem Video drauf, weil das juckt uns einfach nicht. Wir wollten nur die Thumbnails haben. Ja. Für die paar Cent, die wir da verdienen. Ah. Trotzdem habt ihr dann keine Werbung. Also, besser geht's nicht. Auf ein paar Dingern habt ihr wahrscheinlich Werbung, aber nur, weil das YouTube automatisch gemacht hat. Auf den neuen wahrscheinlich eher nicht. Auf der Space zum Beispiel nicht. Willst du hier Sandsteine mitbasteln? Nö. Was denn? Holz? Hm? Okay. Ja, mit Sandsteinen würde das aber, glaube ich, schicker aussehen. Das teilt ist echt geil. Kommt mal hoch und gib mir mal einen Vorschlag. Kommt mal hoch. Ich glaube, es würde, ja, mit Holz, hm, ich weiß nicht. Ich mach's erst mal mit Holz, komm mal. Kommt mal hoch, Leute, und. Oh ja, ich seh schon von hier unten. Das sieht geil aus, oder? Besser? Ich hab ja zwar nicht die größte Reichweite an Sichtfeld, aber. Ich seh's. Komm auch mal. Das sieht von hier auf jeden Fall gut aus. Ja, wie gesagt, man muss beim Turm das einfach nochmal unten symmetrisch machen, dann funktioniert das sehr gut, dann sieht das richtig gut aus. Ja, das. Alles mit sich basteln und dann, äh. Ja, richtig. Und da kommt jetzt, ich bin nur am überlegen gerade, wie wir jetzt da hochkommen, weil da auf der nächsten Ebene möchte ich dann auch nochmal bauen. Und jetzt gleich hier das ganze Stein abreißen. Und dann kommt dann die richtige Steinebene. Sieht schick aus, finde ich. Willst du das noch weiter zusammenbasteln? Ähm, da kommt eine Ebene drauf. Deswegen bin ich gerade am überlegen. Also komplett bedeckt. Mhm. Also da kann man drauf laufen, weil darauf baue ich jetzt. Darauf kommt dann die richtige Ebene, die wo dann gelebt wird, auf meinem Turm. Okay. Ich weiß, der ist schon verdammt hoch. Ja, ich hätte einfach eine Spitze gemacht, so eine Pyramide. Das kann ich auch machen. Wobei, das ist auch keine schlechte Idee. Glas hast du ja genug, ne? Ich hab hier noch zwei Stacks ein, jetzt bist du schon wieder oben. Ich kann mich kurz runtergraben, ich hab Schaufel dabei. Ja, ich hab nur Glas und ein bisschen Fleisch dabei. Dann schmeiß mal was Glas raus, dann geb ich dir was, womit du dich brauchst. Hallo? Wieso? Wieso ist das Stack denn Ding ins Gedöns nicht? Hallo? Kuh ist ein Glas rausschmeißen. Und wie mach ich den Stack? Du drückst drauf, wenn du kommst aus und ziehst das ins Nichts. Danke. Tete. Ja, bei einzelnen Sachen funktioniert das halt eben ganz gut mit Kuh. Warte, damit du dich hochbauen könntest, falls du mir helfen möchtest. Hast du hier ein bisschen Stein. Hey. Ich hab zwar noch Dreck, aber nicht mehr so viel, um mich da komplett hochzubuddeln. Ja, dann brauch ich aber das Glas wieder zurück. Ja, kriegst du, wenn wir oben sind. Bau dich einfach daneben hoch. Alter, ich seh grad nix. Shit. Wo? Ich bin über dir. Ja, ich will mich da dran bauen. Müssen wir ein bisschen höher gehen. Ich hab noch Dreck. So. Hier schmeiß ich jetzt... ...Glas in. Das ist nicht so intelligent. Glaube ich. Mitten in's Nirgendwo Glas zu schmeißen. Das ist direkt hier. Musst du dann hier drauf gehen. Ja, ich weiß, aber... Das könnte auch schief gehen. Ja, je höher man baut, desto weniger ist die Gefahr, an ihn wirklich runterzufallen, weil man genug Fläche hat. Ja, wir haben Abfangfläche inzwischen. Ja, auf jeden Fall ist es etwas. Auch. War vorgeil, wenn man das Teil dann nicht sehen kann, weiße. Ja. Stein. Hilf mir mal kurz. Flupp. Flupp. Was machst du? Vorbei, das war unnötig. Das war richtig unnötig. Ja. Das hatte schon die Höhe erreicht. Habt ihr ein bisschen Glas? Was heißt ein bisschen Glas? Fünf, sechs Stück. Ja, sicher. Ja, ich schmeiß hier oben welche hin. Ein Regen aus Glas. Jupp. Ist zwar nicht ganz so symmetrisch mit der Fläche unten, weil wir... Fünf da nach außen gelangen sind, aber es passt schon, sieht nicht schlecht aus. Wobei, ich bin gerade am überlegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben, acht, neun. Hä? Eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben, acht, neun. Dein Turm ist auch nicht quadratisch. Acht. Der ist acht zu zehn. Der ist rechteckig. Ja. Ja, siehste. Dann kommt das genau hin. Hast du den Turm nicht quadratisch gemacht? Ich wollte den auch gar nicht quadratisch machen, aber ich wollte mir gerade was überlegen, ob ich das unbedingt mit Glas jetzt zusetze. Nein, du machst ja jetzt eine Pyramide draus. Ja. Dann... Du hast da was hingesetzt, ich seh nichts. Aha. Oh, es wird dunkel. Ach, das war so klar. Was passiert? Sie hat was hingesetzt. Wir haben beide gleich seinen Stein hingesetzt. Oh ja. Nein, das geht doch. Ja, passt doch. Kommt doch hin. Mehr oder weniger. Ah. Doch, ist richtig. Ja. Jetzt kommen wir nur nicht runter. Schlag das eine Teil ein. Hier das. Das, wo der Stein runter ist. Direkt da. Und schlag genau das ein. Genau das. Das? Der hier. Okay. Weil dann können wir das von oben wieder einsetzen. Dann bastel ich mal hier den Stein weg. Zuck, das Teil ist zu. Das ist natürlich sehr intelligent. Ich kann's wegbauen. Ja, mach du mal. Der Stein muss ja auch noch weg. Ciao. Schaufel. Ja, geh du mal zu deinem Stein und ich mach hier die Erde weg. Jo. Go. Weil Erde kann ich auch ohne Werkzeug machen. Ja, passt doch. Hängt da oben ein Glas? So viel? Ja. Genau in der... Ja, nicht genau in der Mitte. Ich seh's nämlich grad auch. Wo ist das? Das sieht echt hässlich aus. Hier ist das, ne? Direkt unter... Nein, das ist genau... Ja, hier. Nicht komplett. Da ist es. Nein. Das hab ich denn jetzt zerstört. Doch, das war richtig. Okay, weil von unten sah das ein bisschen anders aus. Ich hab jetzt gedacht, verdammt. Hast du da Glas eingesetzt? Wo? Oh. Ich hab auf der falschen Stelle das Glas eingesetzt gehabt. Jetzt... Das könnte der Fehler gewesen sein. Draußen hat das dann gefehlt. Da ist ein Loch in der Decke, seh ich gerade. Ja, genau. Ja, jetzt ist es richtig. Das ist das Stück, was zu tief saß. Ja. Jetzt passt das. Schick. Aber das Teil muss eindeutig noch gefüllt werden. Mit was? Gute Frage. Mit Bäumen? Wär ne Idee. Hm. Das hier mach ich mit normalem Stein. Deswegen brauch ich das. Oder du könntest hier oben... Vorsicht, man kann wieder runterfallen. Ja, ja, passt schon. Pflanzen hinbasteln. Also im Sinne von Weizen und Zuckerwurm. Mit ein bisschen was... Ja, genau. Das wäre mal so eine Idee. Ja. Auch keine schlechte. Haha. Oh, hier ist so ein bisschen Stein. Stein. Ja, das ist deins. Ja, ich baue hier gerade alles ab. Wenn man den Stein hier wieder abbaut, ist das ja wieder ein normaler Stein. Also der abgebaute dann. Das hier ist ja ein gebrannter Stein. Das soll jetzt... ...farblich abgestimmt sein, das ganze Ding. Da kommt jetzt hier so eine... Das stört mich echt, das ist echt hässlich. Was denn? Das, was ich gerade gemacht habe, weggemacht habe? Nein, diese... Verdammt... Ach, danke. Diese verdammt schöne Leiter, die hier mitten im Nogentrum hängt. Ja, die ist auch echt nervig. Wundervoll. Jetzt... Schön. Ah, ich kann durch den Boden durchgucken. Ich glaube, das nächste Mal spiele ich mit MC Patcher. Aua. Aha. Ja, das wird jetzt ein bisschen komplikater. Willst du da auch mit überbauen? Kann ich machen. So eine Art Treppengeländer. Also ein richtiges, wo das komplett zu wird. Habe ich noch richtigen Stein? Nicht verarbeiteten? Haben wir nicht tausendfach Stein? Irgendwo. Das weiß ich nicht. Ich habe zumindest keinen Stein. Ich habe nur noch 37. Lass mal fennen gehen. Das hat ja nicht so viel gemacht. Ja, geht pen and try to swim in lava. Ja, ja, bleib. Du wurdest von irgendwas gejagt. Ivo. Ich habe das durch den Boden durchgesehen. Bei mir sind so viele Monster, ich kann nicht schlafen gehen. Ich muss sie das platt machen. So, bin im Bett. Wundervoll. Du hast ja einen Stein immer noch zu viel gemacht. Ich habe hier kein verdammtes Werkzeug. Doch. Welchen? Den Stein hier? Warte. Am Eck. Warte, ich war schon weg. So, jetzt schön. Ja, ich hatte das ja...